Willkommen Reisender. Heute befinden wir uns auf der Welt von Farquay 5. Mal sehen, was uns erwartet. Boah, interessiert einen nicht die Bohne. Echt jetzt. Wir sind nicht die Leute. Wir sind nicht die Leute. Niemand hat diese Gruppe ernsthaft. Sie waren anders. Religiös. Militär. Es war eine ganze Welt. Die Lauf ist auf uns, meine Kinder. Sie haben angefangen, zu kaufen auf jeden Fall für miles. Dann die Radio-Station. Noch lange nach dem, sie sogar die fucking Körner. Seine eigene Städte, religiöser. Built, hier. Unter unseren Nosen. Oh, meine Fresse, ich will wen abknallen. Hey, jetzt kriegt er eine Blindenbinde. Und ein Behindertenparkplatz. Oh, meine Fresse. Oh, meine Fresse. Oh, meine Fresse. Oh, meine Fresse. Bewege ich mich. Wir haben hier. Die Komponenten sind einfach nach unten. Aber jetzt sind sie mit der Tee. Sie sind für eine Bewege. Sie sind Angst, Sheriff? Wir sind hier. Die Komponenten sind einfach unten. Oh mein Gott. Das ist eine schlechte Idee. Letztere Chance, Marshal. Wir gehen in. Set her down. All right, roger that. Dispens. You still there? Yes. Go ahead, Sheriff. You don't hear from us in 15 minutes. Send in, everyone. Call the goddamn National Guard if you have to. Over. Yes, sir, Sheriff. I'll be praying for you. Now listen up. Three rules. Stick close. Keep your guts in your holsters. And let me do the talking. Got it? Got it. Rookie. All right, everyone. Stay sharp. Let's go. I'll be in the church. Stick close. Eyes open. These folks can spook easily. What are they doing here? What are they doing here? Be calm. Stay calm, everyone. Just go about your business. This doesn't concern you. Sheriff, I don't like this. Everything's fine, Hudson. Everything's just fine. Jesus Christ, you're wearing badges, aren't you? Ja, aber sie respektieren nicht die Badges. Sie respektieren einen 9mm. Nicht jedes Problem kann sich mit einem Bullen, Marshall. Was hast du da? Was hast du da? Wir wollen keinen mehr Business. Wir müssen das in Peace. Komm jetzt. Vater, mach was. Ich kann. Vielleicht hätte ich mir vorher die Bedienung durchlesen sollen. Ich sind alle tot. 100% Wenn er mich noch einmal Rookie knallt, ich ihn als erstes ab. Ich will not to do anything stupid. Relax, Sheriff. You're about to get your name in the paper. You'll be fine. Something is coming. You can feel it, can you? We are creeping towards... Mord. And there will be a reckoning. That is why we started the project. Because we know what happens next. They will come. They will try to take from us. Take our guns. Take our freedom. Take our faith. We will not... ...we will not let their grieve. Or their immorality or their depravity hurt us anymore. We will not let their grieve. We will not let their grieve. No, fuck. No, fuck. Joseph C. I have a warrant issued for your arrest. On the suspicion of kidnapping with the intent to harm. Now I want you to step forward. And keep your hands where I can see them. I will see them. Right now we have a dead marshal. We have a dead man. Look at this. See they have come from me. They have come to take me away from you. They have come to destroy all that we built. Hold on. Hold on and hold on and stop now. Stand now. Hold on and stop now. Everyone come now. Wir wussten, dass dieser Moment kommen würde. Wir haben es vorbereitet. Warte, ey. Haben die kein Wasser? Geh. Gott will nicht sie mich nehmen lassen. Geh mir. Ich sah, wenn die Lärm die erste Zeile öffnete, und ich hörte, als es der Geräusch von Feuer war, einer der vier Beesten sagte, komm und sieh. Und ich sah. Und er war ein weißes Pferd mit Feuern. Super. Oh, kann ich ihn nicht in den Kopf schießen. Geh mir, den Scheiß. Gott will nicht mich nehmen lassen. Rook, schau die Hände an sie. Vielleicht sterbe ich an Langeweile. Oh, Alter, ich will eine Waffe ziehen. Oh, drück weh zum Gehen. Was mach ich wohl? Geh mir, schau die Hände an sie. Die Hände an sie. Super. Schau die Hände an sie mir. Ich bin ein Bundeskanzler. Ich würde dich schaukeln zurück. oh oh yes she is in der den helikopter ich kann freihändig spielen 10 meter weit gekommen der kann ja fliegen oh oh Ja. Ich bin froh. Sind Sie da? Ich bin froh. Sind Sie da? Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich will Sie so gerne in den Kopf schießen. Bitte. Sind Sie da? Ist jemand da? Bitte. Ich habe gesagt, dass Gott mich nicht verletzt hat. Ich habe gesagt, dass Gott mich nicht verletzt hat. Ich habe gesagt, dass Gott mich nicht verletzt hat. Dann ist es nicht so egal. Desperate? Oh mein Gott! Alles ist ganz okay hier. Ich muss nichts mehr zu dem telefonieren. Ja, Vater. Cheers! Praise be to you! Hm... No one is coming to save you. Father! Hurry up! God has kept you under the shadow of your wings! Everything is unfolding according to God's plan. I'm still here with you. alter 15 minuten und dass man spielen kann ich bin ja wohl wir sind es 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 Oh, 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 hey, they're getting away! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh oh jesus i had no idea fuck we're putting this whole family away all of them fucking lunatics we're gonna get out of this rookie first things first gotta arm ourselves here all right here's what we're gonna do there's a road out there we're gonna take it we're gonna head northeast it's probably only a few hours back to missoula and then we're gonna come back here with a goddamn national guard and we're gonna take out the rest of these okay shh they're in the air check it out you mother fucking psychopath i need backup glory on the fire oh auch gar verdammte scheiß spiel steuerwitz ist ne kacksteuerung da weicht jetzt wieder so lange gattverdammte scheiß ja 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Was will you tell me they are fucking air-scovers? Ah, shit, 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 shit! John is coming! Auf der B-brake! Get run! Heard in the center! On my left! Holy shit! Nice shot! Right, right, right! Oh fuck, oh fuck! He's coming around! Damn it! They're gonna get us, bro! You motherfucking psychopath! You motherfucking tank! Don't worry! Get off! Stop it! Stop it! Damn it! In front! Are you fucking kidding me? Oh no! Oh no, 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 no! Run! Jesus Christ! Incoming! Ich kann zwar nicht schießen, aber er kann nicht Auto fahren. Mhm! Huh! Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin ein US-Federal Marshal. Meine Kinder, wir müssen Gott geben. Die Tag, die ich zu Ihnen habe, hat es geschafft. Alles, was ich gesagt hat, ist wahr. Es ist nicht wahr. Die Autoritäten, die mich auszuladen, sind nun eine Liebe und Brüste in meine Familie. Sei für was? Wenn es mir so will, werden sie verletzt werden. Und in der Ende, werden sie ihre Heilige 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 sein. Ich bin dein Vater. Sie sind meine Kinder. Und zusammen, wir werden mit ihm gehen. Wisst ihr, was diese Scheibe bedeutet? Das bedeutet, dass die Straßen alle geöffnet wurden. Das bedeutet, dass die Telefonnummern geöffnet wurden. Das bedeutet, dass keine Signale rauskommen. Aber das bedeutet, dass wir alle gebeten sind. Dass man die Zwischensequenzen nicht wegmachen kann. Dass man die Zwischensequenzen nicht wegmachen kann. Das bedeutet, dass man die Zwischensequenzen nicht wegmachen kann. Das bedeutet, dass man jemanden zu kommen und ihre Prophezei zu erfüllen. Und die der wunderschönen Krieg ausbauen kann. Nun, du hast sicher eine Scheibe geklappt. Das ist die Wunderschöne. Das ist die Wunderschöne. Das ist die Wunderschöne. Das ist die Wunderschöne. Was für mich nur zu machen? Geh raus aus dem Uniform. Wir müssen es verbraten. Es gibt ein paar frische Klappen da. Wenn du geändert hast, komm und sie mich sehen. Wenn wir die Situation nicht nackt rumlaufen können. Wenn wir die Situation nicht nackt rumlaufen können. So nennt man das. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Eine hässlicher als die andere. Die sieht krank aus. Oh. Hmm. 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 Also wieso habe ich jetzt eine Mütze? Krass wäre, wenn ich meinen Charakter auch sehen würde. Geht nicht. Scheiße. Nicht abdrücken. Scheiße, hier ist er selber. Scheiße. Scheiße. Ich bin ganz ernst jetzt. Ich bin ganz ernst. Ich will die nicht zurück. Ich bin ganz ernst. 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 Gott, so viele Tasten. Ja, geben wir erst mal ein paar Leute Schaufeln. Das ist ein schönes. Boah, ich kriege es nicht mehr braun für die Fresse. Das ist ein schönes. 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 Aber kann man nicht ändern. Schade, dass man ihn nicht überspringen kann. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.